Musik 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 Auf der Warte 1, das ist Yassi Zafra, gegen Gabriel Borbier und Warte Reis. Bereit halten sich Julia, der erste Karriera und ein Spielster aus Zenerblitz auf 7.19. Auf der Warte 1 ist Platz genommen für Yassi Zalaboff, gegen Kfz Leipzig, gegen Gabriel Borbier. Der erste Karriera, der 1, das ist sie, die erste Karriera, von Yassi Zafra. Kampf über 38, auch schon mal beithalten, Max Neuerz aus Aachen gegen Max Luste, Reiswasser, auf Mathe 2. Die Entscheidung hier für viele Schöneufer, damit Blutkorb auf Mathe 3. gloria